Jo Leute, was geht? Felix HarderDrip hier. Ihr seht, ich bin in meinem Bett und tut mir leid, dass kein Content mehr kommt und der Daily Podcast oder dieser Daily Blog einfach weg war. Heute sage ich euch warum und zwar war ich gerade duschen. Und zwar ist der Daily Blog, den ich aufnehmen wollte, in Form eines neuen Gaming-Videos gekommen. Was ich dazu sagen will, mein Handy ist kaputt gegangen. Ich nehme auch gerade nicht mit meinem Handy aus, sondern mit meinem PC. Was eine bessere Trunkqualität aber verlangt und deswegen tut mir sehr leid dafür, wenn viele haben gehofft, dass es kommt. Ich werde versprechen, es kommt. Wenn es kommt, sage ich euch jetzt und zwar, wenn mein Handy wieder geht in drei, vier Tagen. Auch ein Video kommt online, wo ich was von Amazon kriege, weil es hat neben was zu senden, ein Paket von Amazon und ich hoffe, es ist klar, was es ist. Und ja, umsonst kann ich euch nicht mitnehmen, aber ja, dann kommen bald wieder andere Videos online. Ich werde auch ein paar Videos machen, einen Podcast zum Beispiel nehme ich gleich auf. Und ja, das war es mit diesem knackigen Video.